Ohne Sport, Patrick Romer sagt Bierbauch den Kampf an. Patrick Romer, 27, wünscht sich ein Sixpack, aber ausnahmsweise nicht zum Trinken. Der ehemalige Bauer sucht Frau Teilnehmer vernascht gerne mal ein kühles Blondes. Sein Bierkonsum hat inzwischen aber ein paar Spuren an seinem Körper hinterlassen. Der Student hat am Bauch ein wenig Fett angesetzt, dass er nun loswerden möchte. Sport ist für ihn aber keine Option. Stattdessen setzt Patrick auf eine neuartige Methode. Der Bierbauch muss ein Sixpack werden, lautet einer von Patricks Neujahrsvorsätzen. In seiner Instagram-Story nahm er seine Fans mit zu seinem Versuch, diesen zu verwirklichen. Die versprechen mit Hilfe eines Geräts bzw. mit Hilfe von Magnetwellen dein Körperfett zu reduzieren und gleichzeitig Muskeln aufzubauen. Erzählte er über seine bevorstehende Behandlung. Dabei werden die Fettzellen an der Stelle, an der man das Gerät ansetzt, durch Hitze zerstört und Muskeln durch tiefen Kontraktion aufgebaut. Das Ganze hat allerdings einen Haken, nach jeder Sitzung muss Patrick ein bis zwei Tage auf Alkohol verzichten. Doch nicht nur bei Getränken hat der Hobby-Landwirt offenbar eine Vorliebe für Helles. Auch bei seiner Frauenwahl scheint er auf blond zu setzen. Nach seiner Beziehung mit seiner einstigen Bauersuchtfrau-Hofdame Antonia Hemmer, 22, waren Gerüchte um eine Romanze mit der Ex-Fünf-Senses-Vorlöf-Teilnehmerin Sabrina Mina, 30, aufgekommen. Später betonte der 27-Jährige im Netz, Ich habe keine neue Freundin. Die nächste sollte bestenfalls die letzte sein. Da will ich mir beim Kennenlernen einfach Zeit lassen. Anführungszeichen